Wo bin ich? Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben zur Zeit hier an der Hochschule zwei VR-Labs, in denen wir VR und AR-Projekte betreuen. Die Betreuung findet eigentlich auf zwei Eelen statt. Es gibt die künstlerische Betreuung und die technische Betreuung. Das heißt, wir schauen, was wird in Grundlagenfächern wie Spieleentwicklung oder 3D-Animation vermittelt und worauf können dann die Studenten zurückgreifen. Also Studenten sind ja grundsätzlich immer in die Projektphase mit eingebunden. Wir erhoffen uns natürlich, dass zum Beispiel die älteren Semester an die jüngeren Semester Erfahrungen weitergeben können. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt mit diesen zwei VR-Labs viele Projekte zusammenbekommen, in denen eben Studenten ganz neue Wege gehen, neue Konzepte ausprobieren, sei es eben im Bereich Entertainment oder eben für die Industrie. Also spannende Zeiten. Okay, dann tschau. Tschüss. 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 Tschau. 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 mit.